hallo liebe motorsportmagazin von com freunde und formel 1 fans was war das bitte für ein renntag ich habe gesagt es war angerichtet und okay zugegeben am anfang da haben ein bisschen action gesehen ein bisschen positionswechsel auch vorne an der spitze dann schien der aserbaidschan gropri tatsächlich ein bisschen eingeschlafen aber dann dann war richtig angerichtet und warum war angerichtet weil es reifenschäden gab die zu einem sehr außergewöhnlichen rennverlauf am ende geführt haben wir haben direkt nach dem rennen schon einen kleinen live stream für euch gemacht wo wir die wichtigsten themen besprochen haben unter anderem natürlich sebastian vettel auch rennsieger checko peres und so weiter und jetzt in diesem analyse video nach dem rennen wollen wir uns die zwei top themen noch mal etwas genauer anschauen nämlich zum einen die reifenschäden an sich wie kam es überhaupt dazu was wissen wir bereits darüber und zum anderen louis hamilton der hatte ja quasi die wm führung auf dem silbertablett serviert und hat sie am ende weggeschmissen zunächst wollen wir mal mit louis hamilton beginnen er hat vor dem restart noch gesagt sein üblicher spruch inzwischen es ist ein marathon und kein sprint kein risiko eingehen bei diesem restart denn er ist auf position zwei wieder ins rennen gegangen zwei runden waren nur noch drauf und ja wenn von hinten fahrer kommen die vielleicht ein bisschen mehr risiko eingehen für die geht es nicht unbedingt in die wm ich glaube so war das gemeint und deswegen will er da lieber vorsichtig sein lieber vielleicht den dritten oder den vierten platz mitnehmen max was da haben wir ja schon ausgeschieden als dass er da irgendwas riskiert und vielleicht noch komplett ausscheidet und dann kam der restart er hat einen sensationellen start hingelegt ist dann checko peres vorbeigegangen ein grund weshalb er so gut an checko peres vorbeigekommen ist könnte übrigens ein technischer defekt bei peres gewesen sein das haben wir auch im live stream schon ein bisschen angesprochen will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen jedenfalls war eigentlich schon vorbei und dann hat er sich verbremst dann kam einer dieser ganz ganz seltener louis hamilton fehler er ist in der ersten kurve in den notausgang umgedreht und hat sich dann am ende des feldes einsortieren müssen für ihn war es dann gelaufen gab er nur noch zwei runden und ja statt platz 2 oder statt sogar dem sieg der da wirklich auf dem silbertablett serviert war war es dann platz 15 am ende und kein punkt gut gemacht in der wm trotz des ausscheidens von max verstappen was ist bei der ganzen geschichte passiert sah natürlich super blöd aus vor allem nach diesem funkspruch dass er kein risiko eingehen will risiko erste kurve verbremser und dann gar nichts mitgenommen tatsächlich sah es ein bisschen blöder aus als es tatsächlich war er hat nach dem rennen relativ ungläubig an sein team gefunkt moment mal war ich noch im magic mode und dann hat ihm sein renningenor peter bonington gesagt ja louis warst du und louis meinte dann ich hätte schwören können dass ich den rausgenommen hat den modus meinte der renningenieur peter bonington bono hat ihm dann gesagt ja hast du aber du hast ihn versehentlich wieder aktiviert beim hochschalten mehr dazu später jetzt ist natürlich die ganz große frage was hat es mit diesem magic button überhaupt auf sich ich habe toto wolf nach dem rennen danach gefragt mercedes gibt sich da so ein bisschen geheimnis krämerisch klar lenkrad ist immer eine geschichte die will man nicht unbedingt offenlegen für die konkurrenz aber man hat uns zumindest so viel verraten dass es sich um die bremsbalance handelt man kann mit diesem magic button offenbar die bremsbalance verstellen ein bisschen anders als über die üblichen bremsbalance verstellt knöpfe denn da redet man meistens von nuancen von einem halben prozent oder von einem prozent pro knopfdruck die man davon der vorderachse auf die hinterachse oder umgekehrt verschieben kann so groß sind die unterschiede ja nicht die man da haben will zwischen den einzelnen kurven aber es gibt eben diesen magic button und da kann man ganz 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 viel wenn ich sogar alle bremsbalance auf die vorderachse legen wieso braucht man das naja das braucht man um die vorderbremsen richtig krass auf temperatur zu bringen man will gar nicht so sehr die vorderbremsen selbst auf temperatur bringen man will dadurch den radträger aufheizen über den radträger dann auch die felge und dadurch letztendlich die vorderreifen die bei mercedes ein ganz ganz großes problem sind die man da offenbar nicht so richtig auf temperatur kriegt in dieser saison vor allem nicht weil man ja das nicht mehr hat also dual access steering man kann die vorderachse nicht mehr so schön verstellen während der fahrt und deswegen braucht man solche tools umso mehr man hat schon gesehen als lewis hamilton in der startaufstellung stand auf position 2 da hat es plötzlich richtig richtig heftig rausgeraucht vorne aus seinen bremsen oder aus seinen felgen raus da hat man gesehen okay der hat es sehr exzessiv betrieben viel temperatur vorne reingebracht um so die reifen schön aufzuwärmen ja nur das problem war also er hat dann diesen modus tatsächlich auch ausgeschalten beim start es darf ja auch keine funkanweisungen in diese richtung ergeben das sind die fahrer auf sich alleine gestellt hamilton hat aber daran gedacht dann aber im zweikampf mit sergio perez der ist so ein bisschen rübergezuckt der checko und louis hat dann musste dann ausweichen und das war genau während dem hochschalt vorgang und genau dabei hat er dann wohl auch den knopf betätigt für diesen magic mode ich dachte erst das hat er vielleicht mit der linken hand in dem moment so ein bisschen gemacht denn ganz spezifisch für mercedes oder für louis hamilton ist dass der nicht normal starte mit der linken hand also die ziehen ja die kupplung mit dem mit der linken hand die ist unter dem unter dem pedal fürs hoch fürs runterschalten und da lassen dann die kupplung kommen louis hamilton macht das immer von oben greift er aufs lenkrad drauf da hat offenbar ein besseres gefühl oder eine bessere besserer referenz oder der schleifpunkt ist und ich dachte dass er da vielleicht irgendwie bei rangekommen ist bei der lenkbewegung aber sein renningenieur peter bonnick nach gesagt beim hochschalten sei es wohl passiert also dann muss es ja auf der rechten seite sein was hat das ganze bewirkt naja die bremsbalance ging bei ihm komplett nach vorne und vorne bremsbalance ist bei einem schwer bei einem heftigen bremsmanöver nicht so verkehrt weil er das gewicht nach vorne geht auf die vorderachse wenn es dann allerdings zu viel ist so wie es in dem fall ist dann ist die vor dann blockiert die vorderachse komplett vor allem wenn man nicht drauf gefasst ist dann blockiert das alles und dann geht es natürlich nur noch gerade aus also richtig blöd gelaufen für louis hamilton für die wm war das natürlich gold denn max verstappen der hätte eigentlich die wm führung ausbauen sollen der lag in führung ein sicher geglaubter sieg war das und dann hat ihn das große pech ereilt reifenschaden schon bei landstroll haben wir früher im rennen einen reifenschaden gesehen auch bei ihm war es hinten links bei landstroll waren es 29 runden oder hätte fast gerade die 30 runde auf den harten reifen absolviert gehabt bei max verstappen war es die 33 runde die soeben absolviert war und auch dann bei ihm hinten links der reifenschaden beide an einer ähnlichen position das war nicht ganz identisch aber auch bei höchstgeschwindigkeit fast jenseits der 300 kmh ist der reifen dann kaputt gegangen und dann fragt man sich natürlich wie konnte das passieren war der verschleiß schuld weil sie waren ja doch schon relativ alt diese reifen lag es an der konstruktion an der konstruktion der pirelli reifen waren trümmerteile drauf max verstappen der hatte dann eine relativ einfache erklärung er meinte naja wenn das zwei leuten passiert dann müssen das die reifen sein dann kann sich das nicht um trümmerteile handeln noch dazu sind ja alle durch irgendwie diese trümmerteile wendern gefahren und dann hätte es bei allen passieren müssen aber nicht dann bei den zweien und nicht in diesem stadium des rennens und pirelli wird das sicherlich nicht zugeben bei denen werden sowieso wieder trümmerteile sein so max verstappen in den tv-interviews direkt nach dem rennen klar dass er da jetzt nicht so gut auf den reifen hersteller zu sprechen war in führung liegend ausgeschieden aber was wissen wir bislang man muss dazu sagen es ist noch sehr sehr früh wir hatten am späten sonntagabend noch einen call mit mario isola mit dem pirelli formel 1 chef aber auch der hat gesagt es sind erst indizien die wir da auswerten eine richtige analyse die gibt es noch nicht dazu später noch ein bisschen mehr gehen wir die einzelnen faktoren doch mal ein bisschen durch war es am ende verschleiß in kombination mit den hohen kräften ich habe schon gesagt 29 respektive 33 runden hatten die reifen schon auf dem buckel aber es ist hinten links zum defekt gekommen schauen wir uns die strecke an sie wird gegen den uhrzeigersinn gefahren und das das heißt dann umgekehrt dass rechts normalerweise die größere belastung ist und pirelli hat uns das bestätigt hinten rechts ist die größte belastung auf reifen und nicht links also wenn es wirklich die belastung gewesen wäre wäre es eher hinten rechts passiert als hinten links dazu wenn wir uns anschauen 33 runden klingt relativ viele auf der langen strecke 6,003 kilometer sind auf dem baku city circuit aber wir kriegen vor dem rennen auch immer eine vorschau von pirelli da steht dann genau drauf wie lange halten die reifen wie lange sollte man optimalerweise mit ihnen fahren und beim harten reifen waren tatsächlich bis zu 40 runden voranschlag und da war man ja doch noch eine ganze menge weit entfernt deswegen gehen wir da eigentlich nicht von aus dass es verschleiß in kombination mit kräften war noch dazu hat pirelli die mindeststart drücke noch angepasst von freitag auf samstag ganz lustig weil die moto gp kollegen hier waren und die haben sich ein bisschen lustig gemacht über unsere fragen die wir mario isola gestellt haben weil wir am freitag schon mit ihm über luft drücke gesprochen haben und so weiter da durften wir uns dann wieder als freaks bezeichnen lassen von den moto gp kollegen aber tatsächlich sollte es noch zum thema werden denn pirelli hat die drücke geändert von freitag auf samstag was hat es damit auf sich naja die teams müssen immer analysen schicken an den reifen ausrüster analysen und simulationen also die teams machen ja immer simulationen wie schnell sind die autos wie groß sind die kräfte und so weiter und der reifenhersteller braucht diese werte um dann diese mindeststart drücke anpassen zu können jetzt also man muss ja mit irgendeinem wert ins wochenende reingehen dieser wert lag auf der hinterachse bei 19 psi und dann hat man nach dem freien training festgestellt nach den beiden freien trainings moment mal die kräfte sind doch ein bisschen höher als wir das erwartet hatten und deswegen galten dann ab samstag morgen mindest drücke auf der hinterachse von 20 psi das ganze hat zur folge dass die konstruktion ein bisschen geschont wird das heißt der reifen wald dann ein bisschen weniger er hat dann zwar auch ein bisschen weniger aufstandsfläche überhitzt dann an manchen stellen ein bisschen mehr weil die auflagefläche eben ein bisschen kleiner wird aber insgesamt schont das die konstruktion und ist für die strukturelle identikrität von der man so gerne spricht bei den reifen dann besser das ist auch ein ganz interessantes thema denn pirelli hat ja da in dieser saison neue konstruktionen gebracht die diesen kräften besser standhalten sollen deswegen stehen die reifen hier ganz besonders im fokus jetzt haben wir schon die neuen reifen haben dazu noch regeländerungen vorgenommen damit die kräfte nicht so hoch sind und dann sehen wir trotzdem reifenschäden deswegen wollen wir uns das ganze natürlich auch noch ein bisschen genauer anschauen es gab vielleicht auch ein bisschen kritik oder der ein oder andere hat gesagt reifenschäden die kommen nicht von ungefähr pirelli bringt das erste mal überhaupt in der barkow geschichte die weichsten reifen mischungen mit und das auf so einem hochgeschwindigkeitskurs ja tatsächlich zum ersten mal die drei weichsten mischungen im einsatz 2019 als man zum letzten mal gefahren ist war man noch eine stufe härter unterwegs aber wir müssen feststellen die schäden sind ja nicht am weichsten reifen aufgetreten sondern sie sind am härtesten reifen aufgetreten also am c3 reifen und ich habe mir die mühe gemacht ich habe 2019 noch mal genau in die statistik geschaut welche reifen da so gefahren wurden und beim rennen kam der c2 reifen also der damals härteste gar nicht mal zum einsatz alle sind den c3 reifen gefahren der sehr vergleichbar ist mit dem aktuellen also würde ich mal sagen reifen mischungen können wir schon mal ausschließen daran hat es auf jeden fall nicht gelingen die ersten indizien also die schlussfolgerung aus dem ganzen ist es waren trümmerteile diese these wird gestützt weil man auch am linken hinterreifen von louis hamilton beschädigung gesehen hat auf diesem harten reifensatz der dann gewechselt wurde in der rennunterbrechung hat man bei ihm an der innen schulter des linken hinterrades einen großen cut gefunden sechs bis sieben zehn zentimeter war der groß ich durfte auch ein bild sehen mario isola hat uns das gezeigt wir dürfen es leider nicht veröffentlichen aber es war ganz klar zu erkennen da war ein cut der muss von irgendeinem externen objekt zustande gekommen sein ein weiteres indiz dafür dass es sich um trümmerteile handelte war die tatsache dass sich die reifenschäden nicht angekündigt haben das war ganz plötzlich oftmals wenn es irgendwie probleme gibt mit der konstruktion oder mit der mit dem verschleiß ist es ja so dass irgendwie vibrationen auftreten die fahrer dadurch gewarnt sind das war zumindest im letzten jahr ein silverstone so das war überhaupt nicht so auch luftverlust konnte man nicht feststellen und wenn dann reifen wirklich von der einen sekunde auf die andere komplett kaputt geht dann sind es im in den allermeisten fällen trümmerteile die dafür verantwortlich sind trümmerteile ist natürlich die frage wo kamen die her bei max verstappen könnte man sich das ganze erklären nicht weit davor ist ja lans droll davor abgeflogen bei lans droll ist die frage wo sollen die trümmerteile herkommen das formel zwei rennen heute ist relativ glimpflich abgelaufen an der stelle konnten wir uns in der redaktion zumindest nicht an einen unfall erinnern aber man weiß ja nie es könnten zum beispiel nicht nur unbedingt trümmerteile sein es könnten auch aggressive kerbs sein oder es könnten auch gullideckel sein das war ja schon öfter ein thema die den reifen da so ein bisschen beschädigt haben wir wissen es aktuell noch nicht ganz genau wie gesagt wir wissen ja auch noch nicht ganz genau ob es dann tatsächlich externe sachen waren die dazu geführt haben aber wir gehen aktuell davon aus es gab dann nach dem unfall von verstappen die rennunterbrechung es gab den funkspruch von jonathan wheatley von dem red bull team manager an michael marsi an den rennleiter dass man doch also dass dieser reifenschaden komplett ohne vorwarnung kam und bei der rennunterbrechung die möglichkeit eines reifenwechsels besteht das ganze doch sinnvoller wäre die rennunterbrechung gab es aber nicht deswegen sondern die rennunterbrechung gab es um dann tatsächlich die strecke von den trümmerteilen zu befreien mario isola hatte auch gar keine angst eigentlich dass da jetzt weitere reifenschäden kommen wenn die strecke sauber ist so sicher war man sich bei pirelli also da hat man diese rennunterbrechung auch nicht forciert von seiten des italienischen herstellers trümmerteile sind auf stadtkurse muss man dazu sagen auch immer ein größeres problem als auf permanenten rennstrecken warum na ja weil die banden einfach oder die mauern direkt an der strecke sind und wenn es da zu einem unfall kommt dann landen die trümmerteile einfach direkt auf der rennstrecke wohingegen auf einer permanenten rennstrecke habe ich auslaufzonen da schlage ich dann wenn ich in die mauer einschlage normalerweise weit von der fahrbahn entfernt ein und die trümmerteile kommen erst mal gar nicht auf die stecke also deswegen das immer ein großes problem deswegen die sicherheitsmaßnahmen die sind relativ groß es gibt spezielle fahrzeuge die die ganzen trümmerteile und reifenabrieb und alles mögliche einsammeln aber auch da ist es nicht immer ganz hundertprozentig dass man jedes einzelne teil erwischt ich habe gesagt das waren jetzt alles indizien die dafür sprechen eine genaue analyse die wird noch auf sich warten lassen die reifen werden dafür nach mailand ins labor von pirelli geschickt normalerweise werden die reifen verschifft sind ja große sperrige teile die gar nicht mal so wenig wiegen die braucht man nicht dringend irgendwo haben hinzu hat man viel genug vorlaufzeit um das auf dem container schiff zu packen rückzu gibt es eh keinen keinen grund wieso die schnell zu hause sein sondern in dem fall lässt man sich das bei der formel 1 was kosten da gehen die teile in den flieger nicht nur die kaputten teile wie gesagt sondern auch noch heile reifen damit man da vergleichswerte hat die reifen glücklicherweise die kaputten reifen sind noch in relativ gutem zustand mario isola gesagt das ist ein teil man hat quasi alles was dazu gehört sie wurden beim unfall selbst noch ein bisschen beschädigt vom unterboden von der strecke natürlich die analyse ist nicht ganz so trivial nicht ganz so einfach wie man sich das vorstellen mag aber es ist nicht unmöglich weil doch noch relativ viel vorhanden ist von diesem reifen pirelli drückt aufs tempo wie gesagt man lässt das alles einfliegen man will diese analyse schnell durchboxen man will vor dem frankreich corpé noch eine richtige analyse an die fia schicken um da die sicherheitsbedenken auszuräumen ganz interessant vielleicht es gab der ein oder andere hatte da vielleicht ein deja vu walter ripottas hat 2018 seinen sieg aufgrund eines reifenschadens verloren bei ihm hat man ganz klar gesehen auf den tv aufnahmen dass er über den trümmerteil darüber gefahren ist und dann ist der rechte hinter reifen was bei ihm kaputt gegangen pirelli will sich natürlich auch alle tv aufnahmen nochmal genau anschauen on board aufnahmen und so weiter ob man da irgendwas erkennen kann aber über irgendwas drüber gefahren ist also jetzt haben wir sehr sehr ausführlich über die reifen gesprochen wie gesagt mit vorsicht genießen die genaue analyse die wird noch ein bisschen auf sich warten lassen trotzdem die ersten den indizien sprechen dafür dass es trümmerteile waren die dafür verantwortlich sind wir dürfen auch nicht vergessen dass die reifen wenn sie schon so viele runden runter haben die verschleißen ja also die die verlieren gummi und je weniger gummi da drauf ist desto verletzlicher sind sie natürlich für trümmerteile das hat man ja auch in der vergangenheit schon öfter gesehen sebastian vettel mal ins bar kann ich mich daran erinnern vor doch inzwischen einigen jahren fast gar kein gummi mehr drauf und da reichen dann ganz ganz kleine teile die die reifen schon relativ heftig beschädigen können das von dieser stelle mal wie gesagt wir haben schon einige themen für euch im live stream besprochen wir haben in diesem live stream von euch sehr sehr viele fragen bekommen auf die wir noch gar nicht eingehen konnten weil so viel zu bereden war und genau diese fragen die wollen wir in den nächsten tagen noch in einem speziellen video für euch beantworten dazu gibt es am mittwoch wieder den üblichen live stream auf motorsportmagazin.com auf unserem youtube kanal wenn ihr diese sachen alle nicht verpassen wollt dann natürlich unbedingt den kanal abonnieren die glocke aktivieren dann kriegt ihr sofort ein hinweis wenn neues video online ist und wenn euch das video gefallen hat lasst doch noch ein kleines däumchen da